Aber mein Führer, die zwölf D-Männer schätzt nach West-Richtung Elfe, dann schalte ich dir an, dann entfüßt dir die Westfront. Mein Fälle, mein Befehl, ich habe mich hart genug ausgeröscht. Jawoll, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Eine große Verantwortung liegt nur noch für eine Schuld und Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Anders kann man das nicht machen. Nur um zu lernen, wie man Messer-Grabbel hält. Feigelei! Da bin ich! Erfockt! Das ist der schlimmste Verrat für mich! Ur-Hol-Beg. Sind Sie denn alle verrückt geworden? Kommen Sie, ich muss hier raus! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Der André Steiners war ein Befehl! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verwänden der Roten Armee... Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Parat! Kaffat! Ihr Anzug in Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel! Um einfach aus Berlin wieder rauszukommen? Göring! Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein! Von vorn kommt der Bischuss! Verschiebt die Visionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren! Glaube! Ich habe mich klar genug ausgeverrückt! Verrückt! Dieser Versager! Dieser Schmarotzen! Ein paar Vanille-Faul-Pilz! Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Der ich heute den ersten Drehtag habe. Ist der Mann auf der Stelle hinzurechten! Nur wenn Sie eben durchsterben! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Zu viel! Zu einer Weißene! Das war ein Befehl! Der Angriff Stein, das war ein Befehl! Ich will zur Fazit ein Bericht! Unbereicherbarer Künstler! Alle die anderen, ja, 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 ja! Jaaa! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Ja, ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen! Stalin, getriss! Er wähnt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, greifen! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig! Fähig, 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 fähig! Niederstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getra plains! Eppig. Gefahr! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprächtiger Treue oder Feigling! Gefahr! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Der Russe steht fünf Kilometer vorm Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage Unter ein ausgerechnet Berat verdämmert! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Es steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Kapitulieren niemals! Das ist entperrend! Ich habe ihn vor Jahren gegen jeden Euro erobert und weg die Stadt bis zum letzten Zug gegen die Roten verteidigen. Mein Unterschied, um deine Kanzösung zu setzen. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am ganzen Volk. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Bildwert sie bezahlen. Sie werden ersaufen in ihrem eigenen Blut. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Fehl ist für was ist unumstehlich. Sie werden nicht kontrolliert. Ob sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ich werde mir die Zivilbevölkerung. Ich bin der Fall, wenn ich sie mit Hörb divorzieren. Ich bin der mich, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. ARD Text im Auftrag von Funk